Nichts haben zum Glück die Angewohnheit genauso wie alle anderen Magier, dass ihre Zauber begrenzt sind. Oder auch nicht. Das müsste noch gereicht haben, hoffe ich mal. Ja, es sind alle da. Gut. Das könnte getroffen haben, wenn ich Pech habe. Ja, es hat Jaira getroffen. Wie viel Eiger hat er, bitte? Ja, bitte. Ich glaube unendlich. Ich helfe wo immer ich kann. Trifft das noch? Nein, das scheint nicht getroffen zu haben. Du hast doch Schutz vor Magie, oder? Oh, der hat jetzt nur Schutz vor Magie. Da werde ich eingekerkert. Äh. 7 punkte plus 10 schaden wirkungsdauer trank der unverwundbarkeit rettungswurf leider weiß ich gerade nicht ob man gegen ein kerkern überhaupt rettungswurf machen kann ich warte nun scheinbar nicht die mächtige zauberstauber dafür dass auf die geschilden ein zaubergrad je zwei stufen des priesters nee das wird hier das muss dann sieben sie lernen aber blablabla dieser schutz völlig aufgewogen wurde auch dann wenn der letzte zauber der absorbiert wird die verbleibende schutzwirkung übersteigt wenn beispielsweise der priest durch einen schädelengel geschützt ist der noch der zauber wirkt auch gegen magie bahn keine große herausforderung okay hier kann ich nicht rasten dann suchen wir uns ein gasthaus und rasten da der tag ist kalt und trüb an dem der daumen seinen gästen nicht ein bisschen gastfreundschaft gewährt tretet ein und seit dem see schatz herzlich willkommen ja danke Kumpel wenn ihr es wollt natürlich ich warte so das übliche wieder ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu ich helfe wie immer ich kann ich helfe wie immer ich kann ja stärkung ich warte auf euren befehl also ich der dass du wirst du die das du 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 so doppelgänger und verschwimmen schutz vor dem bösen verteidigungskoordination da das reichhonten schild noch ok zauberschild ist aktiv ich warte wenn ok jemand wurde eingekerkert weil der zauber dann auf jemand anders ging ok jahira äh talisa wird alleine vorrennen jahira wird einfach ein insektenschwarm auf ihn wirken der natur ist bereit er wirkt was anderes bilder rufen lindform ja im moment ne das ist nahkampf mäßig kugelblitz erwischt nicht das sondern dann den hier oh ich weiß was ich kann jetzt ja ja wieder nein ich hab's rausgenommen shit mhm ich warte auf euren befehl und wieder wurde jemand verbannt keldon ich bin so doof ich hab den falschen zauber rausgenommen egal wo ist der strahl des roms da ist der strahl des roms ja phantom klinge von mir aus ne meine waffe ist völlig wirkungslos ihr wünscht ich helfe wo immer ich kann so die dienerin der natur ist bereit Insektenplage. Äh... Achso, Vertunkling ist das. Mist. Habe ich noch was anderes, was ich... Ich warte auf euren Befehl. Ich glaube, er hat keine Eingekkerung mehr. Doch, er hat noch Eingekkerung. Hm... Ja, Kangaks als Halbdreiname ist böse stark. Das... ...haben wir jetzt gelernt. Ja? Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich helfe wo immer ich kann. Okay, okay. Dann machen wir gerade mal weiter mit unserem Bombardemon. Ich warte auf euren Befehl. Ich warte auf euren Befehl. Ich warte auf euren Befehl. Was kann ich tun? Äh... Stratis Us. Ich warte auf euren Befehl. Der müsste ja ein bisschen helfen. Ja. Ich bin bereit, aber gerne. Ich bin bereit, aber gerne. Ich bin bereit, aber gerne. Wasser hat keine Wirkung. Oh, wir haben ihn plattgekriegt. Und Tote kontrollieren. Schade, hat nicht geklappt. Ring von Gax. Ring von Gax. Der Ring ist zwar relativ schmucklos, doch die finstere Magie in dem Ring umgibt ihn mit einer intensiv bösen Aura. Der Schöpfer des Rings, Kang Gax, vermisst er ihm so böse wie der Ring und ist bereits, bevor er zum Untruch wurde, seine Fähigkeit im Verlauf mehrerer Jahrtausende ausbaute. Blablabla. Rüstungsklasse, Rettungswurf, Magierresistenz, Immunität gegen Krankheit gibt unsichtbarkeit, verbesserte Hass dreimal. Träger regeneriert alle drei Sekunden drei Trefferpunkte. Was macht der noch mal? Dietrich, ja, ja. Gut. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Der Sarkophag ist jetzt leer. Ach, wir haben Kang Gax besiegt. Irgendwie mit Biegen und Brechen. Natürlich. Gut, und mit dieser unglaublichen Leistung werde ich mich mal verabschieden. Äh, Spiel speichern. LP049. Und dann geben wir das nächste Mal Bodhi an. Also, bis dann. Die medicine. Und dann? Wie. Wie.